Hallo meine Kollegen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video-Interview der Malt. Und jetzt ist ich Spiel & Dream League Soccer 2019. Ich habe jetzt die Idee, den Tag zu spüren. Ihr könnt eine Mannschaft machen. Und dann würde ich auch sagen, geht ein Fungloch. Ihr könnt aber auch noch eure Mannschaft selber auswählen, wie ihr sie benennen wollt. Und ja, sollen wir jetzt starten. Und ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann ein Sport. So einfach ist es. Und ja, es gibt auch immer so. Welcher Freistoße die Energiefreistoss wäre. Und ja, ich habe mich jetzt drauf gearbeitet. Gut. 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 Tipp vorange. Gut. Gut. conference Und man kann sich auch ziemlich schwer stellen in diesem Spiel. Es ist halftime und eine Chance für die Managers zu tun, ihre Arbeit zu machen. Die Spieler und die Fans sind bereit, so das Leib-Mett weitergeht. Es ist mit der Streicher. Gut intersetzt. Oh, eine Herausforderung da. Gut, Red. Oh, gut geimpft. Und hier ist eine Chance. Und der Referee hat... Ja. Welche Weise wird er? Solider Streich da. Ich weiß nicht, weitergehen. Das war er. Ich habe es verletzt. Ich kann das eigentlich nur empfehlen, aber es ist nicht so gut, man kann seine Mannschaft selber erstellen, aber das Spiel wird machen. Trennungen! Wenn ihr euch wundert, warum das ich so leise spreche, es ist Abend. Das ist ein bisschen verarschend für die Opposition hier. Yet another goal von diesem brillant Spieler. Defender dann, Beck, auf den Ball. Oh, well-timed. Well, surely all he can do now is grab a consolation goal. There's not much time left, and it seems all over. Great skill from this player, great footwork there. Can he finish it? That's a crack, and it was close. Perlouw. Let's see that one again. And we're back underway here. Looks like the Opposition, I'll still try to get back into the game. Great footwork there. We showed a bit too much to the Opposition there. That's the final whistle, the greatest player of attacking footballer tonight. Yeah, I would say that a great performance from a player. He really is in fight for that. Ich würde immer empfehlen, nach einem Spiel die Spieler zu wechseln. Ich würde immer auf den Ball. Okay. Gut. Auf jeden Fall die Mittelfeld- und die Sturm-Mürtel-Sperchse. So, we're off. Which way will this game go? Higuain. Can he finish it? And where's the shot? That is a fantastic goal. That was really well taken. Here's how they did it. Now we're back and away, but how will this team respond? 2-0. It's 2-0. It's 30-HB-Nix. 2-0. It's 2-0 now. Good ball. 2-0. He loves to go past players with the ball Played wide Great patience here He's unstoppable with the ball He's so skilful on the ball What a well-timed tackle Oh, he did really well there Passed well It's with the striker Can he get a shot in? Pulls the trigger Good save by the goalkeeper R R Iguain The captain then The shots off He goes for goal Let's have a look at that one again Yeah, do you want to Oh, he's so lucky He's so lucky Very low Great technique Can he finish it? Shoot, finish Good work there Yet another goal From this brilliant player Passed out wide then He's so lucky He's so lucky He's so lucky That's not a good game I'm not going to play with you I'm not going to play with you On the opposition Defender then Back on the ball Defender then They've got the ball They've got the lead They've got the lead But to keep it They're still going to need to have their composure Oh, well intercepted Passed inside He loves to run with the ball He's got the lead Great understanding between this team Good ball Well timed then Good defending Es ist mit der Defender jetzt! Oh, Blaine back! Oh, well timed! Blaine infiel! Oh, er hat wirklich gut da! Strikers Ball! Oh, ein Determine Challenge! Und Lefter! Let's see what difference the change makes! Strikers Ball! Great chance here! Oh! Oh! It'll be interesting to see how close that actually was! It looked like it was going in! And rendering stoppage time now! Cleared forward by the goalkeeper! Good ball! What a well timed tackle! Good defending! Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video! Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag! Und tschau! Vergiss nicht zu abonnieren! Daumen hoch! Und tschau!